So, Willkommen zurück zu Let's Play Together WWE 2K18 mit The King. Soja Leute und jetzt machen wir eine Runde Royal Rumble. Zum dritten Mal. Aber es wird nicht nur Royal Rumble mehr geben, es wird jetzt auch dann in der nächsten Zukunft wahrscheinlich Elimination Camper geben und so weiter. Aber jetzt nochmal Royal Rumble, ne chillige Runde. Und ja, da würde ich sagen, let's go, Superstars, machen wir auch Zufall. Superstars? Also ihr stellten auch dabei? Nein, das ist eine eigene Kategorie. Oder was willst du? Wir wüssten ja nur Superstars oder wer stellt Superstars? Superstars. Okay. Machst du auf Zufall? Wie tut man da? Fierk. Kofi. Okay. Und wieder eine erste Legende, ist ja klar. Okay. Soll ich einen auf Nude machen oder auf normal? Ne, machen wir auf Nude. Machen wir Zufall. Obwohl es sowieso sein wird wahrscheinlich, dass ich das erste drauf einkomme. Wie immer. Aber gut. Doch. Ich glaub schon. Und es kann sein, genau was man gut gehört hat wahrscheinlich, dass wir zu der Zwischenzeit wahrscheinlich, ich hoff mal, wir können jetzt warten endlich mal. Also ich kann jetzt mal warten. Das wirst du in der Zwischenzeit Chips fressen. Und ja, das hört man. Ist so ein bisschen sehr bescheuert, beim Lensplay was zu fressen, aber was soll's. In dem Kanal ist alles erlaubt. Oh! Ich bin mal nicht drin, dann ist ja Weltwunder. Ein Wunder, dass ich nicht drin bin. Ey, ich werde es so gelaufen. Muss ja nicht, wenn ich vorher aussieht, vor die Orte. Wie vor die Orte? Für die letzten Orte? Ja. Da bist du weg vom Fenster. Das war beim letzten Part ever. Da bist du dann weg. Ich hab dann zum Schluss rausgehauen mit Braun Strowman. Und ja. Dann schau. Wer bin ich jetzt? Kofi bin ich. Wer bist du? Mankind. Und ich glaube jetzt, das soll ja der Sound aber auch passen. Weil ja, der erste Part von Wrestling war für Leaks theoretisch. Obwohl ich ihn hochgeladen habe. Aber da war einfach der Sound viel zu laut von den ganzen Kommandatoren und alles. Und da hat man uns eigentlich so gut wie nicht verstanden. Aber das war ein Part. Und ja. Das war sowieso der Part, wo er, wo The King nicht kommt. Aber warum ist einmal die letzten? Wo The King mich komplett betrogen hat. Aber komplett mit der Close Line. Ja, das weiß ich noch. Ist der jetzt überhaupt? Du Panner. Ich nicht. Wer bin ich überhaupt? Mankind. Okay. Und Big Show ist draußen. Big Show? Mhm. Der fetteste hier gerade mal ist draußen. Kann man auch machen. Au. Oha, wie schnell das geht. Okay, es ist auf legendär. Aber holy shit. Bist du sicher? Es ist auf legendär. Wenn es nicht auf legendär wäre, dann würde eine Ole drin sein. Oh mein Gott. Man merkt sofort, ob es legendär ist, weil dann kommt dann sie wie Schweine. Und das ist unglaublich wie das kommt dann. Du bist drin. Na. Eigentlich mal du von mir. Ist das schön. Das ist Karma. Das ist Karma wegen... Wegen FIFA. Aha. Er schlägt einfach wie ein Verruckter. Was tust du? Okay. Jack Roberts weiß Big Boss. Das ist dieser blaue, oder? Ja. Wie tut man nochmal aus sie werfen? X drücken kurz. R2 und dann Kreis. Oder ein Konter. Und dann kannst du nichts... Jetzt kannst du nichts Konter'n gerade. Wochen taunt. Ach, oder nicht. Na. Du fliegst da was von. Na. Wie viel sind jetzt drin? Es sind schon 8? Hä? Es sind 4. Nein, Mann. Aber wie viel waren? Höchstens keiner auch so drin sein. Best Jack Roberts ist der... Der nackte oben. Oh. Wie kann ich einen aufhöfen? Hoch. Ja. Kurs X langen Halbteilen. Okay. R2 Konterst. Im richtigen Zeitpunkt halt. Wo hast du das raus? Ah. Du Wichser. Na. Na. Oh oh. Es wird eng. Für den Juden als den King. Es wird eng. Es wird noch immer eng. Es ist nicht mehr eng. Oh, Jeff. Ma, ich will Jeff. Warum keine Jeff haben? Ich habe noch Platz. Zwei noch Platz. Okay. Jetzt kann nichts mehr passieren. Oh. Na. Zu früh. Haha. Aber hier das Timing mit dem. Das habe ich schon mal angesprochen. Das Timing, wenn man hier Konter beim Multiplayer ist es anders, als wenn man alleine spielt. Das Timing ist einfach anders. Deswegen ist es mir nicht so einfach, wenn wir zu zweit spielen, dass ich Konter. Wie habe ich jetzt überhaupt? Dolph Ziegler. Weiß das? Ja. Ich habe gekonnt. Na. Der blonde mit der US-Aplacke. Oh oh. Oh. Klauslein. Ciao. Na. Das war's. Aber ich komme jetzt einig. Du kommst aus 10. Na. Ich hätte schau können, woher ich war. Welchen plus ich komme. Wieso? Wer bin ich? Oh. Der denkt instant immer, dass du Reigns bist. Cesaro. Kann man auch machen. Ich glaube, das Knuspern steht aber sicher im Video. Das wird sicher stehen. Aber gut. Wow. Läuft bei dir. Ich bin echt gespannt, wann ich reinkomme. Hä? Nur kurz antippen? Was? Nur kurz antippen auf X. Wie lang? Ja. Ja, wenn du mal stehen würdest. Du musst nicht stehen. Weil der Boden hüftet jetzt sehr viel. Okay. Dolph Ziegler ist das da. Big Bossman ist der Blaue. Den schau ich mal aus, die Tunnel. Der ist so. Ah. Hey du. Du Basta. Au. 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 Finisher. Du bist raus. Okay. Jetzt such aber nicht gleich X. Jetzt schau durch. Weil da weiß ich die Nummer. Schau. Na. Schau. Schau. Du bist ein Dichser. Ich bin jetzt die Nummer 11. Ich will schauen, wovon ich komm. Oh mein Gott. Mit Flügelick kommen wir aber als 30. Wieso? Ja. Ich muss jetzt einmal wen ausgeschmeißen. Du hast kein Ansehen ausgeschmissen. Mit keiner. Mit Mann keine. Mit der Sauber. Dieser Dolph Ziegler. Der kann halt ausziehen. Eigentlich bin ich Big Bossman aus. Und das werden jetzt auch Ziegler machen. Tschau. Check Gallagher. Wie macht man das? Laufen und. Vierg. Die Klausern halt. Check Gallagher. Check Gallagher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie ist das bisher immer gar nichts mehr so schlimm warst. Oh mein Gott. Aaaaahhhhh. Hahaha. Hahaha. Haha. 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 Das ist ein Gesichtsausdruck gerade, alter. Haha. 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 Du hast aber nicht. Du hast aber nicht. Du musst auf x drucken dann eher zwar ist desto. Ja. Ich bin jetzt. Also muss halt erstmal in den packen. Kriegen wir den beim packen aufkontern. Ja. Ich frag mich echt mal wo ein Reins überhaupt einmal. So cool. Auch wenn keiner von uns da ist. Ein wunderbar cool. Ja. Bis jetzt war aber überhaupt kein Rampeln dabei. Ja. Ja. Sag mal. Jetzt werden wir mal. Und ich frag mal wo ein Econ. Na eh. Ich hab nur kurz x dran. Ja klar. Ja klar. Ja klar. Oh mein Gott. Da kommt noch zwei mal. Du bist so ein Arsch. Schon wieder. Oder nicht. Druck. Den. Druck. Du bist ein Bastard. Eigentlich will ich dir helfen. Du hast 18 gedrückt. Du sparst. Du bekommst das 18. Oh mein Gott. Wo warst du das? Weil ich kurz gesehen hab. Du hast es dann. Hände es ist jetzt Betrüger. Wisst ihr was ich getan hab? Ich hab. Ich wollte jetzt eigentlich helfen. Weil ich hab gesehen dass du nichts kontern kannst. Wenn du ein Taunt machst. Wenn du irgendwie. Wenn du hier rüber drückst. Irgendeine Seiten. Dann machst du einen Taunt halt. Und dann kannst du wieder kontern. Ich wollte dir einen Gefeind tun. Ich kann nichts dafür. Dass du so nah an einen sein bist. Dass er eine Klausel machen kann. Hä? Kannst du das auch? Du Hero. Wo kommst du immer dann? Wie war's? Was ist das? Was ist das? War der schädige Folge für mir. Ich habe echt sehr gefühlt. Ich komme aus 30. Na. Kann sein. Ja. Hihi. Hihihi. Also könnte man wieder bald irgendwer rauspflegen auch wäre eine Idee. Irgendwer können bald wieder rausfliegen weil jetzt dann schon sieben mehr da drin. apollo kurs er ist der siebte ich zählte ja unten noch aufgetöntet so und ist so so einen geht noch und sie geht tschüss dort zieht es weg und steig robot tschüss was zum glück die was mir aussieht hat ja könnte fliegen chef wäre auch gold das ist weg und chef könnte auch noch fliegen könnte wo es nicht könnte kann ich die große wenn er nicht am seil hängt wenn sie eigentlich schon ist also kannst du schon aber du kannst wie sagen er laufattacke kannst du es auch nicht viel machen nur kommt auf dem wasser hat halt aber wenn er einen seil ist so wie sincara jetzt wieder kaufst du es seien ja heute fest das verstehe ich aber nicht ganz wie er sich fest hat einen kauf dann wenn er kommt dann fliegt er selber raus vielleicht wenn er nicht zu ausschlagen ist das kann ja so aber kommt jetzt 18 wieder kommst du oder 17 16 16 oh mein gott warum kommt kofi als ja what the fuck sind über der hälfte mehr ist bei der hälften also ich hab nichts dagegen dass ich so spät komme so ist es nicht weil es die chance gehört dass sie gewinnen als wenn ich als erster wieder drehen wäre oder zweiter weil erster zweiter macht keinen unterschied also ich sag mal so die ersten fünf bis zehn wochen kann unterschied weil die sind sowieso zum schluss komplett im arsch eigentlich ist bis jetzt immer so wenn es ist keine mehr da was von anfang an dabei eben nur die anziehen so aus bis jetzt geschafft und dass die einzigen drei waren rey mysterio daniel bryan und schau michael und schau michael hat sie auch gewonnen als erster oh shit 17 alles klar so leider jetzt gibt es aufs gesicht so war der chef jawohl ich habe die erste kauf hätte dann wäre also die hütte zu gewesen aber holy shit ich habe apollo aus der ist noch nicht ganz so angeschlagen leider leider der kenne ich noch nicht raus nein 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 schade ich sag immer wieder wenn du eins bist töd ich dich na okay genau ist es gerade mit der liegt jetzt bei 2-5 live hey wo schaust du hin ach du scheiße ob wir das geht es ist so typisch wie einfach besser gesagt jeder wieder auf mir los geht und schnell auf die los ich bin raus ich bin raus bin ich raus bobby fliegt bobby fliegt nicht ach du scheiße naja ich sehe schon wieder dass die hause fliegt da wollte ich mich jetzt verpisst oder hat poppy oh mein gott hat eine schule ja ich bin mit dir eben jetzt aus ich bin bis 20 20 ja die ddp raushauen verpisst dich ja die ddp ist weg geil eigentlich mal an außer kaut au dank ist da danke danke jawohl das war das war blöd bevor muss größer da geil mein element das ist nicht der beste wrestler auf der welt aber was soll's wenn ich wollen würde könnte jetzt damit finnisch nicht sofort ausmachen sogar dich was tust du schon wieder ernsthaft weil ich genau weiß dass du sein wichser bist du mich verarscht ich bin der lange bobby nein du bist nicht 21 oder du bist 21 du hast du es nicht 21 gedrückt hast du nicht halt die schnauze hast du nicht hast du nicht hast du hast du hast du irgendein 20er bin du bist nicht rock oh mein gott das wäre die das wäre die perfekte kotze du hero das wäre perfekt für die gewinnen scheiße warte 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 kurz du stück scheiße amana alter verpisst dich du haust mir das du haust mir das wenn wir aus hat okay aber du nicht du schlechtest du schlechtest der champion der welt in der page quer so geht so geht so ich hätte bin ich nicht nein ich bin da auch nicht was hast du schon durch das schon wieder hunderttausend druckt nein ich habe irgendwas mit 20 das war es nicht bin ich nicht der letzte 29 was war das jetzt eine vierte zoll 22 ich glaube ich bin 23 er kann nicht einmal schauen welche welche zoll er ist er druckt einfach die meisten leute drücken einfach so auch wo ich dass sie die nächsten sagen aber egal weil so wie ist das ganze sowieso nicht wer jetzt der nächste ist was wird es christians fährt jetzt bist du ja da würde ich wie gott ja jetzt naja kannst du dein ecken signature auch hier machen kollegas scheuß es gibt ja das ist und er bist du und erlaubt schon wie ein verrückter wieder hat er nicht so ist es und da wurde sie warum er sich ausdauer hat und wir mein gott ich sehe nix wer wo wie war und das chronix hat der probleme ok da geht er geht er geht er ich hoffte nicht einmal doch fack mal live ok kofi hat in einem rammel keinen ecken finisher das ist sehr schlecht die hat schon wieder rausgekommen danke ich hab den kursen habe mir selber kursen immer so dass du bist ihr betrüger ja nein schau wie wird auf mir rausgekommen nein ich gehe offen ich will an wer ist denn das wäre überhaupt epico wie über epico ok jetzt du bastard nein nein du stück scheiße du scheiße du hurensohn oh mein gott du hurensohn oh mein gott du hurensohn oh mein gott epico du bist auf meiner todesliste danke ich wusste es dass du bist bist weg oder naja es kommen du bist weg ja aber ich kann nichts mit rufen also im platz 6 28 28 ich habe es genau gewusst dass er das eben ja jetzt genau das ist jetzt die nun ich bin ja nicht drinnen jetzt aber genau groß dass epico der kurser machen will ich wusste es aber wegen dem timing und so das ist wieder die andere sache macht dieser wixer komm lass mich rein sein wenn ich war in kein ansehen rammel ich frage gar nicht naja ich war gar nicht ist der bickscher schuh wieder drinnen also das ist ja mal schon ernsthaft du kriegst bickscher mit seiner hohen show na komm leute zähl runter das heim als kind doch zwar nach ok ich nächste nächste sohn bin sowieso ja mit mit einer kleinen hoffen sie reinsten kann man auch machen wusste man nicht aber kann man den schon ihre ja warte schütze mit bobby der schenke oh mein gott oh mein heim schütze mit unruf und fort wie die raushalte die raushalte die raushalte nicht schlecht obwohl es der ältere ist der derzeitige alter war drücke ich hier wo hast du dann wo hast du im ficken würde mit aufhören du bastard der mochten geladenen finnisch epiko ciao habe ich gesagt jawohl epikos weg so wie hört es aus mit brocky boy kein baumau raus man ich tue nur kurz auf x du tust viel slow wahrscheinlich auf x jetzt konterst du 20 komm brock ich will dich oh fuck you jeder kontert bei dir oh gott so digga du willst mich verarschen natürlich muss jetzt das saumau ok oder kehran ist klar ob ich konnte einfach jeden aus ich konnte jeden aus i don't give a fuck ciao du bist so eine feige sau weiß ich habe ich hau show außer aber du musst mich dann wieder verarschen das ist so typisch das machst du das ist unglaublich hast du ein tonblick geh auf block los kann er lauft wie ein verrückter nur er macht keine moves mehr laufs einfach nur wie verrückter habe ich ein finisher ja und er kommt dann sogar mal durch eine welt runter mal die netti tschau aber in der und finde ich er sich nicht schon mal auf außer die titel auf kreis oder viereck Ja! Wow! Verpiss! Okay, du mein Chinda Mahal! Ja, du und dein Teamwork! Keine gut bei dir, Alter! Na, bitte! Mach mein Chinda Mahal fertig, okay? Ich hab's auch wieder beweist, wenn du mich schon wieder verarscht! Okay! Scheiße! Ja, schau ihm halt auf! Scheiße! Na! Hilf mir! Jetzt kann man gar nicht unterbrechen! Der haut schon wieder, der hat ja einen Finischen! So mein Finischer? Wieso du... wieso du... Hey, wer kommt da jetzt? Oh nein! Hey, da kommt noch wer! Wer ist jetzt die Nummer 30? War er die Nummer 30 oder kann da einer? Ich hab' nicht geschaut! Welche Nummer ist denn er? Ich glaub' die Nummer 30! Nein, nein! Hilf mir! Er haut ihn nicht aus, ja! Er kennt ihn nicht aus, ja! Ich glaub' es war die Nummer 30! Oh no! Mach' keinen Scheiß! Mach' keinen Scheiß! Cassius! Oh no! Geh' mal zu anders! Jericho! 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 Er spricht ihn dann mal so dumm aus! Das ist unglaublich! Du Bastard! Du Bastard! Du Bastard! Oh, ihr habt's auf Beweis! Ihr habt's auf Wiederbeweis! Jaaa! Oh no! Jeder weiß zum zweiten... Zum zweiten Mal weiß jeder es, dass du... Ihr habt Kontert! Ihr habt Kontert! Ein Betrüger bist! Nein! Ihr habt Kontert! Schmeiß' ihn mir aus in der... Sorry! Okay! Das war's! Mit dir arbeite ich beim Rarambul nicht mehr so! Vergiss' es! Ich hab's einmal noch versucht, aber das war's jetzt! Oh! Was mach' ich da?! Der Thema ist... Weil der sehr zocker wie man die... Wichser auswirft... Wirst du es wahrscheinlich sehr auswirf'n können! Konter! Konter! Nein Gott! Oh! Du ist wieder keine Ausdauer! Es ist so unglaublich! Warum Sporst du da mal ein bisschen ausdauer? Das war euer Ausdauer! Ja du schon! Du darfst wieder mal 20 mal herum! Scheiße! Du kaufst den Konter! Du trugst immer! So Futsfür! Oh! Und jetzt bin ich draußen! Warum brauchst du immer den gleichen Wurf? Scheiße! Oh! Ich jetzt bin ja am Ende! Piledriver? Nein! Jetzt haut er mir aus, oder? Ah! Er trugt nix! Er wort auf irgendwas! Ich weiß nicht, er wort auf irgendwas! Ich weiß nicht, er wort auf irgendwas! Aber er trugt nix! Ja ich weiß! Du wort auf irgendwas! Okay! Okay! Das war jetzt mal! Das ist das Karma gewesen! Aber! Die Logik! Du trugst nichts! Du warst das ja auch so! Was ist? Du schaust auf irgendwas! Ich bin wenigstens Zweiter und du bist Letzter! Was für Letzter? Ich bin Dritter, wenn man es so vor der Reihe denkt! Nein! Teamwerk! Welches Team? Ja, von wem? Von wem? Von wem? Komm! Von wem? Von mir! Mit wem? Mit dir! Mit mir! Mit mir! Genau! Und dann bedrückst du deinen Partner zum zweiten Mal! Aber das war's! Mit dir aber jetzt! Okay! Beim nächsten Bad tun wir nichts mehr essen, weil das stört wahrscheinlich im Tun! Das stört sicher! Wette! Sowas von! Ich geh kurz Händ waschen! Und dann würde ich sagen, du verpissst dich jetzt! Ja! Händ waschen kurz! Und! Ciao! Ciao! Alter! Ja! Ciao! Ne! Also, wir hören uns beim nächsten Mal! Bis dann! Ciao!